Good morning guys! Es ist Freitag, die Woche geht zu Ende. Wir haben ein paar richtig gute Trading Ideen auch in dieser Woche gehabt. Heute wieder ein paar Live Ideen auf dem Schirm im britischen Fund japanischen Yen. Wir schauen mal wieder auf die langen Zinsen hier bei uns im FGBX. Und dann, wir haben es ja immer wieder gehört, USA streitet sich so ein bisschen im Handel mit China. Wir blicken heute mal in US-Dollar, chinesischer Yuan. Ein paar Ideen, das Ganze wie immer, aber erst nach dem Risikohinweis, den bitte ich an dieser Stelle auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Ich freue mich heute wieder viele Live Zuschauer an dieser Stelle auch zu haben. Olaf, Hans, Dursten, einen schönen guten Morgen. Und meinerseits immer die Einladung, wer gerne einen Wunschmarkt haben möchte, rein in die Chats bitte. Nutzen Sie Facebook oder auch GoToWebinar. Ich sehe, was darin steht und kann auch die Zeit nutzen, um die ein oder andere Chartbesprechung hier spontan mitzumachen. Wie geht es weiter? Natürlich, es ist Freitag. Es gibt hier nicht nur die heutigen Handelsideen, sondern es gibt den Wochenausblick. Das heißt, was kommt denn nächste Woche an Nachrichten auf uns zu? Wir blicken mal auf ein paar Nachrichten der aktuellen Woche zurück. Wir machen die große Schadschau und dann im Know-how-Teil. Wir hatten diese Woche den ZEW-Konjunkturbericht für Deutschland. Schauen wir mal, wie es der Wirtschaft geht. Das machen wir dann im zweiten Teil. Das ist nämlich wichtig. Was dort drin steht, bewegt die Märkte. Und damit können wir auch gut planen, was auf uns zukommt. Denn warum schauen wir darauf? Was der Markt spielt, ist die Zukunft. Und je nachdem, wie sich die Zukunft entwickelt, kann die ein oder andere Erwartung im Kopf schon einmal durchgespielt werden. Also starten wir, wie immer, mit der klassischen Marktvorbereitung und dem Blick in die aktuellen Tagesnachrichten. Wir sehen es heute. Ganz viel Wichtiges gibt es nicht. Um 11 Uhr hier kriegen wir in der EU die Verbraucherpreise, also den Verbraucherpreisindex. Da kommt ja nicht so richtig Druck auf den Kessel. Die EZB wünscht sich gerne einen höheren Anstieg oder einen besseren Anstieg der Inflation. Und aktuell werden wir um 11 Uhr erfahren, wie es ist. Prognose steht hier bei 1,7. Das also hier. Dann haben wir heute wieder die Treffen der EU-Finanzminister. Auch das kann immer wieder für Bewegung sorgen. Uni Michigan gibt uns dann aus den USA um 16 Uhr die Konsumentenerwartungen und das Verbrauchervertrauen. Auch alles sehr, sehr wichtige Marker für den US-Markt. Spät am Abend, dann um 21.30 Uhr gibt es, wie immer, freitags den COT-Report. Und im Laufe des Nachmittags bzw. des späteren Abends gibt es dann mal wieder ein paar Reden seitens FOMC-Mitgliedern aus den USA. Das ist meistens nichts, was zu dramatischen Bewegungen führt. Aber wenn was Wichtiges kommt, kann das doch die ein oder andere Reaktion in den Märkten, gerade was die Währungsmärkte angeht, auch hervorrufen. Also das der Blick in die Tagesnachrichten. Und damit schauen wir dann im nächsten Schritt gleich mal wieder hier hinein in unseren Stereo-Trader auf dem MT4. Übrigens, ich habe vor kurzem wieder eine Anfrage bekommen. Wie findet man denn den Stereo-Trader? Ich zeige das an dieser Stelle gerne immer wieder, wenn wir mal auf die Webseite hier drauf gehen von Tickmill. Ich hole sie gleich mal rauf. Also hier oben einfach tickmill.co.uk eingeben. Also suchen, Google, Tickmill, fertig. Das findet man schon relativ schnell. Wichtig ist, dass die deutsche Seite ausgewählt wird. Und dann haben wir hier bei den entsprechenden Werkzeugen den Stereo-Trader. Und wer da drauf klickt, kriegt alle Informationen. Das Tool kostet normalerweise Geld für unsere Kunden hier bei Tickmill, die ein Konto kapitalisiert haben. Gibt es die Möglichkeit, das Ganze auch for free zu bekommen. Schauen Sie rein, gucken Sie sich das Ganze an. Tickmill ist auf alle Fälle einen Blick wert. Sehr kompetitive Konditionen und immer wieder schöne, schöne Preisstellung. Hohe Liquidität auch in Märkten, wenn es mal etwas, ja sage ich mal heftiger zugeht, passt das Ganze wirklich super. Wir blicken jetzt allerdings weg von der Internetseite hinein in die Charts. Ich habe es gerade hier auf der Uhr. Der Buchsel ist drauf. Hier heißt der Buchsel. Das sind die langlaufenden Zinsen. Also der FGBL. Hervorragend. Ich freue mich immer, wenn wir hier solche Dinge besprechen können. Der ein oder andere, der war vielleicht im Live-Webinar dabei, als wir die Handelsidee hier unten besprochen hatten. Schaut es euch das mal an. Hier hatten wir den Ausbruch. Das war die Widerstandslinie. Da sind wir drüber gelaufen hier mit ordentlich Schub nach oben. Wir kamen direkt hier unten vom Support, haben die Widerstandslinie durchbrochen, haben gleichzeitig einen Trend gebildet. Der hat sich schön nach oben fortgesetzt, ist erst einmal dann hier an dieser Stelle oben reingelaufen. An diesen kleinen Widerstand hier oben, das war Widerstand hier, das Korrekturhoch, dieses Abwärtstrends. Der wurde damit auch direkt rausgenommen. Das hat also kurzfristig hervorragend funktioniert. Und dann das richtig schöne Korrektur. Und dann hat sich der Trend weiter fortgesetzt. Was hatten wir hier mittelfristig im Ziel? Wir hatten im Blick die Grundidee, wenn sich ein Trend fortsetzt, muss er ja irgendwann mal hier oben ranlaufen. Das hat er auch getan. Also alles wirklich sehr schön gelaufen. Und nun stehen wir hier wieder mal oben am Widerstand. Und was sehen wir? Guckt mal hier rüber. Widerstand erreicht. Der Widerstand hier drüben kam übrigens von etwas weiter weg. Da muss ich mal ganz kurz auf die Woche machen. Das ist schon so lange her. Schaut, der ist hier oben in diesem Bereich aus dem Jahr, wo war es gewesen? 2016 reingelaufen. Und da hat er dann direkt auch mit einer Short-Umkehrkerze reagiert und ist dann erst einmal in die Korrektur gegangen. Ähnliches kann uns jetzt hier wieder bevorstehen. Kann, muss nicht, aber kann. Wenn wir uns diesen kleinen Trend hier angucken, der steht doch deutlich weit in seiner Bewegung. Wie schon gesagt, hier sind wir reingelaufen, sind gestern auf gesteigertes Verkaufsinteresse gestoßen. Und hier, genau wie beim letzten Mal, wenn wir hier tatsächlich eine Gegenbewegung bekommen, also den Beginn einer Korrektur, was steht da als Anlaufpunkt zur Verfügung? Selbstredend erst einmal hier das Tagestiefersmärm, beziehungsweise ich denke, hier kann man den Fokus gedroht auf dieses Ausbruchslevel hier, für diesen kleineren Abwärtstrend, also für den aktuell laufenden Trend, der ja der Bewegungstrend dieses großen hier dasteht, erst einmal davon ausgehen, wenn es in die tiefere Korrektur reingeht, test dieses Ausbruchslevel. Um die 192.3 ist mal ein planbarer Bereich, kann natürlich auch noch tiefer runterlaufen. Wir sehen es hier unten, hier haben wir den Supportbereich um die Marke von, was haben wir, Slow 190.3.6.0 ist da unten. Ich klemm da gleich mal noch ein Preisschild dran, hier in diesem Bereich. Hier haben wir den nächsten Support am aktuellen Korrekturtief des laufenden Trends. Hier kann also durchaus was nach unten passieren, man muss sich nur auf die Lauer legen und die Stunde zeigt uns auch an, was geht. Hier sieht es ganz gut, wir sehen hier schon den abwärts laufenden Trend. Man muss dazu allerdings auch eins sagen, das muss ich an dieser Stelle immer mal wieder mit aufzeigen. Wir haben jetzt hier einen Gegentrend und manchmal hat man halt so extrem starke Schübe nach oben. Und immer dann, wenn wir wirklich so eine Weidenschübe nach oben haben, dann bildet sich oftmals einen untergeordneten Trend, den man gut handeln kann. Aber dieser Bewegungstrend ist damit visuell zumindest noch nicht gebrochen, weil er sich halt hier hoch schwingt. Und wenn man mal aus rein technischer Sicht schaut, wo ist das letzte Korrekturtief, das haben wir halt hier unten klemmen. Also hier auch am Ausbruchsniveau in der Stunde. Das heißt, man kann hier nicht davon ausgehen zu sagen, okay, nur weil dieser Trend hier runterläuft, gehen wir jetzt erstmal ganz tief weit in die Korrektur rein. Nein, das ist dann ein Trend, den man durchaus traden kann, hier auch im Sinne, wenn dieser Trend noch aufwärts läuft. Das ist ein Gegentrend und wenn wir so viel Platz wie hier haben, dann kann man schon die ein oder andere Chance nutzen, das Ganze rauszuziehen. Hier könnte sich das dann entsprechend auch anbieten, je nach eigenem Zeithorizont, wie man es haben will. Wenn man einfach sagt, man nimmt diesen Trend als Richtungsgeber jetzt, fokussiert sich hier drauf, weiß, er kann durchaus hier in diesen Supportbereich reinlaufen. Dann schaut man sich die 5 Minuten an und sieht, wir sind jetzt hier halt in eine tiefe Korrektur schon reingelaufen. Und wenn das Ganze dann rumdreht, halt diesen Trend hier entsprechend als Fokus mitzunehmen und sich dort dann die entsprechenden Anlaufpunkte zu nehmen, um hier den Markt aus den kleinsten Zeiteinheiten zu traden. Aus diesem Blickpunkt ist es dann allerdings auch wichtig, das sage ich an dieser Stelle auch nochmal, wenn man in den kleinsten Trends tradet, in den kleinsten Zeiteinheiten, dann ist es schon wichtig, dass man sich keine Ziele sucht, die viel, viel, viel zu weit weg sind, weil das kann jederzeit umdrehen. Das heißt, da muss alles viel, viel enger bereit sein, mitgenommen zu werden. Die Absicherung muss dann an einer anderen Stelle stehen. Das, wie schon gesagt, nur kleiner Hinweis hier aus strategischen Gründen, wie das Ganze umsetzbar ist. Der Buchsel bietet uns auf alle Fälle momentan wieder schöne Sachen hier zum Anschauen. Auf der anderen Seite gucken wir jetzt mal in die Währungen hinein. Wir starten erst einmal, würde ich vorschlagen, mit dem US-Dollar, chinesischer Yuan. Hier haben wir es stehen. Interessant, was hier geschehen ist. Wir sehen es, der Markt läuft wirklich sehr, sehr schön hier nach oben. Schöner Aufwärtstrend hier, eine massive Aufwärtsbewegung. Ich habe da, als ich die Chat-Besprechung oder die Chat-Vorbereitung gemacht habe, gedacht, hu, das sieht man ja fast aus wie eine Hyperbole. Aber die Hyperbole ist halt einfach da. Hyperbolen sind massive starke Übertreibungen. Und Hyperbolen stehen nicht selten, wenn sie öfter auftreten, sag ich mal, in der Situation, dass wir hier Übertreibungen sehen, die dann irgendwann zu einem starken Einbruch führen. Das kann da kommen. Man muss das immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Es muss aber nicht kommen. Hier an dieser Stelle sehen wir halt einen Markt, der sehr, sehr, sehr stark ist. So, ich sehe gerade, wir bekommen auch ein paar schöne Grüße. Elena, Hans, wunderbar, Holger, allen einen schönen guten Morgen. Freue mich über die Begrüßung hier. Das zeigt aktives Leben. So soll es ja hier auch sein. Gehen wir zurück zum Chart. Was liegt über uns? Wir haben es gesehen. Hier hat sich ein kleines Dreieck gebildet nach diesem starken Schub. Das heißt, der Markt hat schon mal ein klein wenig hier inne gehalten. Ist jetzt hier über dieses wichtige Widerstandslevel drüber gegangen. Das Widerstandslevel hier, das ist ein wichtiger Marker gewesen. Den haben wir hier innerhalb eines Korrekturhochs, dieses Abwärtstrends gesehen. Da ist die Stärke wirklich richtig reingekommen. Der Markt hat gestern auch eine Weile überlegt, bis er hochgelaufen ist. Und dann kam er halt ordentlich mit Power oben rein. Jetzt sind wir drüber gelaufen. Und jetzt müssen wir halt mal schauen, wie es weitergeht. Und heißt also an dieser Stelle, das hier ist ja eine Trendfortsetzungsformation. Die hat nicht lange gedauert. Dann kam die Stärke rein. Wenn wir jetzt weitere Stärke sehen, was wartet auf uns? Wir müssen dann nur mal ein kleines Stückchen rüberschauen in die alte Chart-Historie. Nicht weit weg von uns liegen nämlich drei verschiedene Marker. Was kann an diesen Markern passieren? Zwei Dinge. Entweder wir sehen hier in diesem Feld irgendwo einen überbordenden Verkaufsdruck, weil einfach keine Käufer mehr da sind. Das heißt, wir gehen dann in die korrektive Phase. Oder aber hier liegen Absicherungsorders. Das heißt, wenn hier Absicherungsorders von Short-Händlern liegen sollten, dann kommen die natürlich als Kauforder in den Markt. Und das würde dann wiederum weitere Kursanstiege befolgen. Heißt also, dieses enge Band hier oben mit Kursen zwischen 6,95,7 und 6,97,9 haben wir hier oben liegen. Und das kann durchaus deutliche Marktbeachtung bringen und auch guten Richtung Schub geben. Also entweder als starker massiver Widerstand, wo wir dann plötzlich einen Verkaufsüberhang bekommen. Dann orientieren wir uns auf der Unterseite. Oder aber es befeuert den Markt so richtig. Das ist Zukunftsgeschichte hier oben. Heißt also im kurzfristigen Bereich, was muss passieren? Denn das, was wir hier sehen, dieser untergeordnete Stundentrend, wenn der sich schön fortsetzt, dann haben wir wirklich gute Chancen, hier oben reinzulaufen. Berichter müssen wir uns eher zur Unterseite orientieren. Auch wenn das hier eine Währung ist, die man nicht jeden Tag auf dem Schirm hat, es bleibt auf alle Fälle eine Währung, wo doch ein Potenzial zum Traden da ist. Und ich habe es ja gesagt, wir schauen uns die Stunde mal an. Und im Stundenverlauf sieht man nämlich sehr, sehr schön, was ich meine mit dem Trend. Wir haben hier das Dreieck gehabt. Da sieht man schön den Trend, wie er so langsam nach oben läuft. Oben wird es immer schmaler. Und wir sehen hier schön die ansteigenden Tiefs, dass der Markt immer früher anfängt zu kaufen. Und dann, und das ist das Wichtige, das ist auch ein wirklich sehr, sehr schön zu tradendes Muster. Immer mal reinschauen, wenn ihr sowas in den Charts seht. Und das ist ein Zeichen von Stärke, gerade wenn es im Aufwärtstrend befindlich ist. Da kam der Ausbruch und dieser Ausbruch wurde halt nicht abverkauft, sondern er schwingt langsam nach oben. Und wenn sich dieser Schwung nach oben fortsetzt, das ist dann ein Zeichen dafür, dass der Markt hier oben ansteuern will. Und wenn wir dann hier oben sind und weiterhin Kaufstärke bekommen, das ist dann das Zeichen dafür, dass wir in diesen Bereichen hier oben Kauforders liegen haben. Und das kann dann den Markt schon deutlich befeuern. Ansonsten zeigt uns das der Markt, dann bricht nämlich auf der anderen Seite alles schön nach unten weg. Und damit können wir dann in die korrektive Phase reingehen. Anlaufpunkt wäre dann erst einmal hier das Tagestief, je nachdem wann man das Ganze einsetzt, von heute hier bei 6,92,1 bzw. hier dann weiter unten drunter orientiert. Hier haben wir ja das letzte Korrektortief bei ungefähr 6,88,3 in diesem Bereich. Das hier zum US-Dollar chinesischen Yuan. Und dann blicken wir hier noch im Tagesschat erst einmal wieder in den britischen Fund japanischen Yen. Hier ist er. Da haben wir eine wirklich schöne überdehnte Bewegung in diesem Sinne, die sich weiter auch nach unten fortsetzt. Heißt also, wir haben es ja schon mal miteinander hier in der früheren Zeit besprochen, wichtige Marker sind jetzt hier nach unten. Wir sehen es, also dieser Abwärtstrend ist wirklich jetzt richtungsführend. Und alles, was hier vorher mit im Markt war, ist in der Situation gewesen, dass es rausgenommen wurde. Auch dieses Supportband hier zwischen 140, 6, knapp 7 und 141 hat in keinem Fall irgendwie zu einem Aufhalt gesorgt. Wir haben zwar in den letzten beiden Tagen hier unten, sage ich mal, einen leichten Boden gefunden, wo der Markt immer mal wieder reingeprallt ist und wieder in diesen Widerstand zurückgelaufen ist. Aber es kam aktuell einfach oder es kommt aktuell einfach keine Stärke auf. Würde die aufkommen, ja, dann wäre es interessant, wenn tatsächlich ein Rückschnapper kommt, einfach mal zu schauen, wo sind denn Anlaufpunkte. Das wäre hier einmal das naheliegende Tageshoch von gestern bei 140, knappe 8. Und dann hier oben haben wir noch zwei weitere Punkte liegen, die wir aus dem Trendverlauf der Stunde auch als Hochs identifizieren können. Um die 141, 644, beziehungsweise hier oben die 142, 178. Das wäre der Bereich hier an diesem Hoch, wenn ein Rebound einsetzt. Bleibt der aus? Das ist das, was der Markt gerade spielt. Also er setzt quasi diesen Dehnungsschub weiter nach unten fort. Dann haben wir als nächste Anlaufmarke, die wir hier im Chart sehen, hier dieses Ausbruchslevel um die 139, 4, 35, beziehungsweise unten drunter den letzten Support, bevor der Weg zum Januar-Tief frei ist, haben wir hier bei 137, 45. Es bleibt hier wirklich sehr, sehr spannend, wie weit die Überdehnung geht. Und das ist etwas, was man sich wirklich schön auf die Watchlist legen kann, wer hier live und eng an den Märkten auch mit dran ist. Wenn dieser laufende Abwärtstrend gebrochen wird, das wäre dann wirklich eine gute Chance, ein Stück des Weges auf die Longseite hier mit reinzugehen, um das Ganze als Gegentrend, also die korrektive Phase mitzutraden. Irgendwann wird es kommen, je weiter das läuft, je wahrscheinlicher ist das Ganze. Und wer sowas wirklich bevorzugt traden möchte, sondern überdehnten Bewegungen, der muss jetzt einfach nur abwarten, bis der Markt rumdreht und in der Stunde den laufenden Abwärtstrend auch bricht. Den sehen wir ja hier auch sehr, sehr schön. Und das schaut dann im Endeffekt so aus, wenn ein Bruch kommen würde, jetzt mal antizipiert, beispielsweise hier diesen Markt, das ist jetzt der laufende Abwärtstrend, den wir hier haben. Er läuft runter und wir bekommen dann rein die Szenarioplanung, einen Schub oben drüber und die Bestätigung mit Bildung eines neuen Aufwärtstrends. Das wäre dann ein Zeichen, ein Bild, auf das man warten sollte, um die Gegenrichtung einfach mal zu traden. Das also hier mit Blick in diesen Markt. Hans Hahn, DAX kommt. Und wir machen den DAX im Rundumschwung beim großen Wochenblick oder Wochenrückblick auf die Charts, was passiert ist. Das machen wir jede Woche Freitag. Gut, alles klar. Andreas schickt uns hier noch eine gute Information zum US-Dollar, japanischen Yen. Passt, das gucke ich mir nachher an. Das kann ich leider hier an dieser Stelle nicht in das Webinar jetzt reinziehen. Aber ganz, ganz lieben Dank, Andreas, für die Info. Das schaue ich mir nachher mit an. Denn damit sind wir mit den heutigen Handelsideen soweit erst einmal durch. Und damit gehen wir in den nächsten Punkt hinein. Wir gehen noch mal kurz zurück zu den Nachrichten. Das heißt hier, wir blicken mal, was gab es denn an wichtigen Terminen in der laufenden Woche. Einfach um das Ganze hier an dieser Stelle auch zu vervollständigen. Ach, ich sehe es gerade, die Elena. Danke, liebe Elena. Die Elena hat hier für die Live-Zuschauer auf dem Facebook-Stream, hat gerade mal den Link über diese aktuelle Nachricht zum US-Dollar, chinesischen Yuan mit reingegeben. Andreas, ganz lieben Dank. Hier kann sich das dann jeder anschauen. Das bleibt dann nicht nur hier unseren GoTo-Zuschauern vorbehalten. Freut mich. Danke, Elena. Zurück zu den Nachrichten der aktuellen Woche. Wir haben die Infos bekommen. Wir sehen es hier erst einmal am Dienstag. Informationen aus Großbritannien. Wir sehen es hier. Die Durchschnittseinkommen inklusive der Bonuszahlung. Da hatten wir eine Prognose eines Zuwachses von 3,4. Hier Rücklauf auf 3,2. Bei Arbeitslosenänderungen war die Prognose bei 24,2. 24,7 sind es gewesen. ZEW-Konjunkturerwartung haben wir auch bekommen am Dienstag. Da kann man sich schütteln. Prognose. Eigentlicher Zuwachs 5,1. Dann hat es geknallt. Minus 2,1. Das war schon eine deutliche Überraschung, was diesen Wert angegangen ist. ZEW schauen wir uns dann in Kürze an. Mittwoch haben wir Informationen bekommen aus China. Wir haben China ja öfter mal in den Nachrichten im Fokus wegen dem Handelsstreit mit den USA. Wir hatten hier bei der Industrieproduktion eine Prognose von 6,5. Also schon auch eine geplante Wachstumsverlangsamung hier in diesem Bereich. Es war doch deutlich weniger 5,4. In Deutschland, das BIP, alles wie gehabt. Es war eine Prognose von 0,4. Und wir haben es auch getroffen. In den USA, da gab es ja einige Abweichungen bei den Einzelhandelsumsätzen. Da wurden die Erwartungen untertroffen. Wir sehen es hier rote Zahlen, Prognosen. Bei den Umsätzen war eine 0,7. Tatsächlich war es eine 0,1. Und die Einzelhandelsumsätze für den April sind halt 0,2 Prozent zurückgegangen. Beim Öl gab es auch Überraschungen, aber die haben im Chart keinerlei negative Spuren hinterlassen. Wir hatten hier eigentlich einen Rückgang erwartet, aber es war ein deutlicher Zuwachs von 5,4 Millionen Barrel. Der Ölpreis ist trotzdem durch die Decke gegangen. Also ein ganzes Stückchen an der Stelle angestiegen. Am Donnerstag dann, gestern also noch die Informationen zu den Baugenehmigungen und dem Filifed Herstellungsindex. Das Ganze war ganz ordentlich. Die Baugenehmigungen lagen über den Erwartungen und der Filifed Herstellungsindex, der konnte auch deutlich zulegen. Die Prognose waren hier 10. Der Index notiert jetzt bei 16,6. Also das ist schon ein gutes Zeichen für die US-Wirtschaft. Und damit bleiben wir noch kurz bei den Nachrichten und blicken hier noch auf die wichtigsten Termine für die nächste Woche. Montag gibt es nichts wirklich Wichtiges. Hier sehen Sie auch immer die drei Bullenköpfe. Da fokussiere ich mich wirklich mal auf die wichtigsten Nachrichten. In den morgendlichen Briefings schauen wir natürlich auch auf die Nebennachrichten. Das heißt, die mit der 2 als Relevanznummer. Montag kommt nichts. Wie schon gesagt, Dienstag. Interessant. Herr Paul spricht. Da schlafen wir noch. Die interessanten Informationen bekommen wir dann am Vormittag. Und dann gibt es hier die Verkäufe bestehender Häuser aus den USA. In Großbritannien gibt es dann am Dienstag im Laufe des Tages noch die Anhörung zum Inflationsbericht. Am Mittwoch wird es für uns hier in Deutschland wieder interessant. Der DAX wird davon ja wahrscheinlich beeinflusst. Der Euro möglicherweise auch. 9 Uhr spricht EZB-Präsident Draghi. Aus Großbritannien bekommen wir den Verbraucherpreisindex. Es gibt mittwochs wieder die Rohöl-Lagerbestände. Und dann am Mittwoch die FOMC ist dran. Da gibt es das Sitzungsprotokoll. Wichtig muss man immer auf der Uhr mithaben. Am Donnerstag geht es dann weiter. Also eine picke, packe, volle Nachricht hier an dieser Stelle. Wir sehen es hier. Der deutsche Index bzw. das Bruttoinlandsprodukt kriegen wir am Donnerstag. Es gibt den Einkaufsmanager für das verarbeitende Gewerbe. Es gibt den IFO-Geschäftsklimaindex. Alles am Donnerstagvormittag. Dann geht es weiter aus Großbritannien mit den Einzelhandelsumsätzen. Wir bekommen den geldpolitischen Bericht von der EZB. Um 16 Uhr dann am Donnerstag die Hausverkäufe, die neuen Verkäufe aus den USA. Und am Freitag gibt es dann Einzelhandelsumsatzzahlen aus Großbritannien und die Auftragseingänge für langlebige Güter aus den USA. All das picke, packe, voll. Nächste Woche viele Termine, wo viel, viel Bewegung auch anstehen kann. Das also hier mit Blick auf alles, was die Märkte bewegen kann. Und damit gehen wir jetzt zurück in die Charts hinein. Und zwar machen wir wie jede Woche Freitag die große Rundumschau bei den Indizes. Wir haben es hier gerade auf dem Chart, den S&P 500. Dann starten wir halt heute mal mit dem US-Markt und nicht mit dem deutschen Markt. Aber Deutschland kommt natürlich auch noch mit dran. Das Ganze hier. Wir starten S&P 500. Mal einen kleinen Blick hier in die Woche. Wir sehen es, wo wir ran gelaufen sind. Wir haben ein neues Allzeit hochgeschrieben. Was ist danach passiert? Eine Korrektur. Einfach nur eine Korrektur. Wobei man auch sagen muss, die konnte den einen oder anderen schon etwas in emotionale Unruhe bringen. Warum? Es war schon massiv nach unten gegangen. Wir sind in wichtige Supports reingelaufen, wenn wir das im S&P 500 mal sehen. Die 2800-Punkte-Marke war ein Support-Level. Und wenn man mal sieht, wo man hergekommen ist, das war schon ein deutlicher Rückgang nach unten. Aus rein technischer Sicht. Und dann gab es ja noch die Befeuerung durch Donald Trump mit seinen Tweets zu China beispielsweise. Das hat halt alles ordentlich Druck auf den Kessel gebracht. Die Iran-Geschichte gab auch noch etwas dazu. Das war schon sehr, sehr massiv emotional wichtig. Die Emotionen kann man ausschließen, indem man sich einfach zurücknimmt und sich das große Bild einfach mal anschaut. Und wer sich das große Bild angeschaut hat, der konnte in Ruhe das Ganze auch nutzen. Es war nur eine Korrektur. Und wir haben an den wichtigen Marken, haben wir wirklich wieder Stärke reinbekommen. Ich habe diese Woche vor zwei Tagen ja auch schon mal gesagt, wir haben jetzt hier diese große, lange Außenkerze. Wir haben hier im Support von 2800 Punkten erste Umkehrsignale bekommen. Und dann kam aus der ersten Umkehr wirklich die Situation, dass wir den Abwärtstrend der Stunde rausgenommen haben und dann wirklich auch Stärke reinbekommen haben. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich auch die gute Chance, wenn die ganzen Nachrichten, wie sie sind, das ganze wirtschaftliche Geschehen so bleibt, wie es ist, haben wir wirklich auch gute Karten, weiter nach oben zu laufen. Ob wir jetzt wieder hochlaufen, aufs Allzeithoch und danach oben drüber oder erst mal ein Stückchen Bewegung nach oben sehen, dann Korrektive Phase und dann einen neuen untergeordneten Aufwärtstrend zeigen, das muss man erst sehen. Aber was wir jetzt hier wissen ist, dass der erste Schub nach unten gut gehalten hat und das Ganze jetzt schön nach oben mitlaufen lässt. Wir sehen es auch auf der Woche. Eine sehr, sehr schöne Long-Umkehrkerze hier mit dem Spike unten in den Widerstand, in die Unterstützung rein. Das passt. Aktuell klemmen wir hier so ein bisschen im leichten Widerstand an diesem alten Ausbruchslevel. Aber ich bin da positiver Dinge, dass der Markt gute Chancen hat, in Zukunft auch weiter nach oben zu laufen. Also hier ist wieder alles schön im grünen Bereich. Der Markt hat seine Ursprungsrichtung wieder aufgenommen und das ist erst einmal zumindest aus heutiger Sicht doch ein gutes Zeichen. Ich sage immer zumindest aus heutiger Sicht, wir wissen nie, was kommt. Wir treten nur Wahrscheinlichkeiten und wenn wir hier die Wahrscheinlichkeiten sehen und das Ganze bestätigt bekommen, dann haben wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir weitere Zuwächse sehen können. Gleiches sehen wir, wenn wir auch in den zweiten US-Index reinschauen. Wenn wir uns mal den Dow anschauen, da ist genau das Gleiche mitzusehen mit Blick auf das große Bild. Aber hier gab es natürlich einen Bruch eines Aufwärtstrends. Starke Bewegung nach unten. Deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt mal eben noch auf der Woche hier mit an. Und in der Woche sehen wir halt, wir haben hier unten diesen ganz, ganz wichtigen Schwungbereich. Das zoome ich mal kurz etwas näher rein. Hier die Marke um die 25.500 Punkte. Wir haben es hier drüben gesehen. Da lief der Markt auch immer mal ran. Hier sind Supportzonen dran. Und das, was wir quasi jetzt hier oben sehen, was ich hier eingezeichnet habe, das ist mal der Tagestrend. Und wir haben sogar noch eine deutlich tiefere Unterstützung auch drinnen. Wenn wir uns das Ganze auf Wochenbasis mal anschauen, dann ist ja der Markt schön nach oben gelaufen, hat hier auf Wochenbasis eine Korrektur gemacht. Und diese Korrektur, die wir hatten, die hatte halt hier Low hier unten in diesem Bereich. Das heißt hier, der Spike, das Tief hatten wir gehabt bei 25.219. Also der Schub nach unten hatte doch auch gut Luft gehabt. Und wir schauen mal hier unten in diesem Bereich, in diesem Supportbereich. Da hat sich der Markt auch tatsächlich wieder gefangen. Das heißt, wir sind auf Wochenbasis ganz, ganz tief korrigiert. Haben auch hier im Supportbereich rumgedreht und schnäpsen jetzt wirklich wieder nach oben. Und das hat natürlich diese starke hohe Volatilität, die hat natürlich, wenn man sich den ganzen Tagesschat mal anschaut, doch deutlich für Verwirrung gestört. Weil dieser letzte Aufwärtstrend hier, der ist durch diesen Schub natürlich rausgenommen worden. Aber alles gut. Auch hier sind wir über diese letzte Außenkerze drüber gelaufen. Der Markt läuft hier schön auch trendig nach oben. Jetzt kommt es halt darauf an, das Zeichen, was wir sehen müssen, wo geht es weiter hin. Und rein technisch könnte es sogar wieder bis in diesen Bereich runtergehen, wenn es dann bullisch wird, wieder rumzudrehen. Die Stunde wird uns hier auch ein gewisses Augenmerk mitgeben. Wir sehen hier den schön laufenden Aufwärtstrend in der Stunde. Und solange wie hier unten dieses Level hält unter dieser Marke hier, ich ziehe mal kurz das Supportlevel rein. Also dieser Bereich ist wichtig, wenn man sich das auf der Stunde mal anschaut. Solange dieses Level hier unten hält, bleibt die Stunde auch mit am Laufen. Und das ist dann selbstverständlich ein Zeichen dafür, dass der Markt erstmal weiter nach oben läuft. Also hier wieder die Marke um die 2550, 2600 Punkte. Die sind hier wichtig. Die muss man im Auge behalten. Und dann kann man getrost sagen, wenn die Stunde weiter nach oben läuft, dann haben wir gute Karten, dass der Tag auch wieder weiter nach oben laufen kann. Und mit diesem Blick schauen wir mal noch auf den US-Technologie-Index. Auch hier sehr, sehr, sehr tiefe Korrektur. Wobei der Tagesschat hier natürlich auch schön ausschaut. Hier haben wir wichtige Levels gehabt. Wir sehen es hier, das Korrekturtief bei 7250. Wir haben den Trade ja diese Woche auch angesprochen. Hier unten raus die Bestätigung. Hammer gute Chancen nach oben zu laufen. Also hier auch wieder das übergeordnete bullische Bild aufgenommen aus der tiefen Korrektur heraus. Und damit das Ganze schön nach oben zu traden. Weitere Anlaufpunkte hier auf dem Weg zum Allzeithoch habe ich auch mal so ein bisschen markiert. Das sind Schwungbereiche aus dem Stundenchart gewesen. Und die haben wir hier oben um die 7600 Punkte. Marke hier oben knapp etwas unter 7700. Beziehungsweise dann hier bei ungefähr 7800 Punkten. Da gibt es schon ein paar schöne Marken aus dem Stundentrend heraus. Und auch hier können wir auch sehen, solange wie der Stundentrend weiter intakt ist, läuft alles schön nach oben. Wir können also ohne den Stundentrend zu zerstören, problemlos hier in diesem Bereich des Lows von gestern runterlaufen. Das haben wir hier unten liegen bei, wo haben wir es gehabt, 7400, knapp 60 Punkten. Das ist hier unten diese Marke, das Tief hier in etwa. Da kann der Markt reinlaufen, ohne die Stunde kaputt zu machen. Und ich sage ja immer, solange wie die Stunde weiter am Leben bleibt, ist der Weg nach oben offen. Das heißt, der Markt läuft dann eher in die bullische Richtung, Richtung Allzeithoch. Und damit gehen wir rüber in den DAX. Deutscher Markt auch wieder. Es macht so viel Freude, das zu lesen. Hier massive, tiefe Korrektur. Nur, auch das hatte ich ja schon gesagt, mehr war es nicht. Jetzt kann man das natürlich leichter sagen, als wenn man so einen starken Schub nach unten hat. Nur es ist immer wieder so, solange wir solche Level hier, solche Korrekturtiefs nicht verletzen, und wir wirklich aus weiten Bewegungen kommen, und die Bewegung ist schön gelaufen, schön in ein Widerstandslevel hier oben rein, in die 12.000, etwas unter 500 Punkte. Da haben wir hier oben diesen Widerstand am Korrektur hoch gehabt. Dann geht es halt mal in die Korrektur. Und was weit gelaufen ist, kann natürlich auch deutlich zurücksetzen. Ist hier aus aktueller Sicht irgendwas passiert? Nö. Nichts ist passiert. Wir sind tief korrigiert. Hier im Supportband um die 11.800, 11.840 Punkte sind wir schön rumgedreht. Hier kam dann plötzlich wirklich Stärke in den Markt hinein, und das konnte man dann schön mitnutzen. Hier ging es nach oben, und die Nachrichten von Trump haben hier in der Seite mal auch wieder positiv gewirkt, als er nämlich die Autozölle zurückgestellt hat. Das hat dann richtig Power, richtig Schub nach oben gegeben. Das alles echt wunderbar an dieser Stelle. Hier mit Blick in den DAX. Nächster Punkt hier oben wäre dann im Sinne dieses Trends natürlich das Hoch, was wir hier liegen hatten, um die Marke von knapp 12.450 Punkten. Das also der nächste Anlaufpunkt nach oben. Hier haben wir noch aus der Stunde etwas liegen, um die 12.340, was dann der nächste Anlaufpunkt zur Oberseite wäre. Hier also weiterhin alles wunderbar. Und dann mal noch etwas, eine Kleinigkeit in einen anderen Markt hineingeschaut. Wir haben diesen Markt schon immer auch mal angeschaut. Australien, hier der Chart am Austral-Dollar, nein, nicht vom Austral-Dollar, vom australischen Aktienmarkt, um einfach mal zu zeigen, dass man auch wirklich in anderen Märkten richtig cool traden kann. Aus den Swings heraus, aus den Korrekturen heraus. Den Markt haben wir auch schon das ein oder andere Mal besprochen. Hier sieht man es auch sehr schön. Wir haben hier bei Tickmill ein buntes Potpourri an Trades, die wir auch im Indexbereich machen können. Und da ist es immer schön zu sehen, dass man da auch eine gute Mischung im Portfolio hinbekommen kann. Und das Ganze hier an dieser Stelle schön nach oben traden kann, wenn man es sich wirklich anguckt. Schöner Rückschwung, schöne Bewegung, schöner Rückschwung. Hier ganz feine Umkehrsignale und dann das Ganze wieder hochgelaufen hier an diese Marke heran. Also es lohnt sich wirklich auch den Rest mal mit anzuschauen und nicht immer nur auf den DAX zu schauen. Also damit der Punkt für die große Wochenschau in den Charts mit durch. Ich schaue mal kurz in die Chats hinein. Fragen sehe ich hier momentan keine. Das heißt, gleich geht es weiter mit dem ZEW-Index bzw. dem ZEW-Konjunkturbericht. Den schauen wir uns gleich in Gänze an. Ich mache wie immer einen kleinen technischen Break. Auf Facebook geht der Livestream mal kurz aus. Ich mache das zweite Video dann in Kürze an. und meine Zuschauerinnen und Zuschauer auf GoToWebinar einen kleinen Augenblick Geduld. Das Umschalten dauert zwei, drei Minuten und dann geht es weiter. Also bis gleich im zweiten Teil.